Nö, wir laufen einfach rein, weil ich weiß, hier drin sind nur Skuldor. Zwei Stück. So. Ja, Kalisha verliert langsam echt Leben. Gut, Zutaten werden immer direkt im Lager abgelegt. So. Noch ein Spinnenbein. Im Netz hängen Fledermäuse, die so groß wie Hühner sind. Ja, ist auch ein Riesenspinnennetz. Oh, ein Rapier und ein Blutstein. So, und hier ist auch noch was. Helm. Der Helm bringt nicht viel, also nehmen wir ihn einfach nur so mit und das sind eh Zutaten. So, und dann kommen wir raus und er nimmt das nächste Fiasko. Älterer Robenträger. Die Silhouette von vier Gestalten stehen vor einem überweltlichen Apparat einer Urtenstruktur aus gemeistertem Adra mit metallischen Adern. Rätselhaft ominös und wie ein schöner Beobachter bedrohlich aufragend. Regelungsloser in ihrer Mitte scheint ein menschlicher Körper zu stehen, der farblos wie Stein oder Asche ist. Die anderen Gestalten scheinen sie fast besinnlich anzusehen. An deinem Beobachtungspunkt kannst du von ihnen nicht gesehen werden. Die Gestalt, die der Maschine am nächsten ist, sticht heraus. Es ist ein Mann, ein dichter grauer Bart, umramt ein Gesicht, das ansonsten unter einer metallischen Maske verborgen liegt. Seine verblichene Robe ist mit einer Runensprache bestickt, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Er trägt eine eigenartige schwarze Kopfbedeckung aus der zwei Verzierungen herausragend wie die Flügel einer bösartigen Kreatur. Oathbinder bear witness and see this man has kept his word true to his last breath, full to his blood's last drop. Guide his soul, Queen that was, and regard it among your favored. Let his life by the key be his confession. Let his death by the key be his absolution. May he walk the world ever free of the crushing weight of the book. Er wendet sich an den versteinerten Körper. Eidbinder legen Zeugnis ab und sehen, dass dieser Mann sein Wort gehalten hat und sich bis zu seinem letzten Atemzug und zu seinem letzten Blustropfen treu geblieben ist. Königin, die gewesen war, leite seine Seele und erachte sie als eine deiner Liebsten. Lass sein Leben nach dem Schlüssel sein Geständnis sein. Lass sein Sterben nach dem Schlüssel seine Erlösung sein. Möge er ohne das erdrüngende Gewicht des Buches auf der Welt wandeln. Der Mann lässt seinen Blick über die anderen schweifen, die um ihn herumstehen. Euer Bruder hat seinen Teil erfüllt und ihr habt die Macht seines Beitrags gesehen. Ich werde keine weitere Zurückhaltung von dem Rest von euch mehr dulden. Er schaut jedem von ihnen tief in die Augen. Wirst du vor den Augen der Königin, die gewesen war, den Eid erfüllen? Wirst du in der endlosen Wertschätzung ihrer maktlosen Erinnerung deinen Platz an der Seite deines Bruders einnehmen? Trete vor und sei dir der großen, sei dir des großen Wertes deines Lebensverlaufs gewiss. Ja und jetzt schmeißt er die Photonkanone an. Das ist für mich immer noch eine Photonkanone. Ein Augenblick lang verstummt der Apparat und die Luft steht still. Dann aber eruptiert er plötzlich mit einem erschütternden Stoß. Gleißendes Licht blendet dich und du wirst zum Boden geworfen. Als du auf dem Boden aufschlägst, wird dein Kopf nach hinten gerissen. Die in deinem Hinterkopf auffallenden Schmerzen verwaschen deine letzten Gedanken mit der schwarzen Leere der Bewusstlosigkeit. Du öffnest die Augen an einem anderen Ort und in einer anderen Zeit. Du stehst in einem kreisrunden herrschaftlichen Raum mit Kuppeln, dessen Wände mit Adra ausgekleidet und mit Kupfer besetzt sind. Der Stil ist antik, der Raum jedoch in makellosem Zustand. Am hinteren Ende des Raumes durchdringt eine große Adra-Säule den Boden, wer eine gezackte Pike, deren schimmernde Textur die Illusion grenzenloser Tiefe schafft. Die Säule wird daher in einem Apparat umringt, der dem, den du gerade erst gesehen hast, sehr ähnelt. Dieser aber ist gewaltig, facettenreich und ineinander verschlungen. Vielleicht die Arbeit deines außerordentlichen, aber fieberhaften Verstands. Deine Gedanken gehören dir aber dann auch wieder nicht und sie scheinen zu existieren, bevor du sie denken kannst. Und es sind ausschließlich Fragen, dringliche Fragen, beunruhigende Fragen. Fragen, die beantwortet werden müssen, sonst, sonst... Am Fuße der Säule siehst du nun einen Mann mit dichtem grauen Bart, der mit einer zeremonischen Ruhe gekleidet ist. Seine öligen Haare werden von einer schwarzen Kapuze und einer seltsamen dekorativen Kopfbedeckung verborgen. Du kennst diesen Mann, du gehst nun eilig auf ihn zu, versuchst aber die Dringlichkeit zu verbergen. Du möchtest ihn etwas fragen, eine über allen stehende Frage. Und diese Frage geht dir wie verrückt durch... geht wie verrückt in deinem Verstand um. Und dann bricht die Erinnerung einfach ab. Tja, und wir sind die einzige Überlebende hier. Als du aufwachst, bemerkst du, dass dein Unwohlsein verschwunden ist, dafür aber mit etwas weitaus Bestürzendem ersetzt wurde. Schwaches Flüstern, das für dich gerade noch so hörbar ist, fühlt sich in deinen Ohren wie ein fortwährendes Klingeln an. Am Randen seines Sichtfeld siehst du hohe Bewegungen, aber wenn du dich umdringst, kannst du keine Anzeichen dafür erkennen, was es gewesen ist. Du bemerkst wieder deinen Blick, wie ein unfreiwilliges Muskelzucken hin und her schießt. Sollte das eine Krankheit sein, so ist es vermutlich gefährlich, sich längere Zeit umbehandelt zu lassen. Die Gestalten bei der Maschine scheinen auf der Stelle gefroren zu sein. Fleisch und Blut wurde durch Schlacke und Asche ersetzt. Vor dem Mann, der sie anführt, ist weit und breit nichts zu sehen. So, unser erstes Level-Up. So, ich würde gerne Mechanik steigern eigentlich. Ich habe sechs Punkte übrig. Also gebe ich zwei Punkte, was eigentlich drei Punkte sind in Mechanik. Einen in Überleben und Athletik jeweils und den letzten behalte ich mal. Brauche ich Wissen. Wissen brauche ich nicht so unbedingt, aber Athletik. Für die Ausdauerreserve und so. Und Überleben halt für die Sachen hier. Heilungsmultiplikator, Bonusbewegung, Genauigkeitsbonus gegen Kreaturen. Ja, und die Boni werden mächtiger, das ist praktisch. Gut, dann machen wir es so. Und ich kann Talente wählen. Klasse, ich könnte größeres Handauflegen, um belasteter Glaube. Tiefer Glaube. Die Ansichten des Partys wären mehr als nur die Summe seiner Handlungen, wodurch Reparationen regiert wird, die sich negativ auf Glauben und Überzeugung auswirken. Seltsame Gnade. Wenn der Paladin einen Feind besiegt, erhält ein Verbündete in der Nähe Ausdauer. Glanz des Akolyten. Das sind eigentlich... ...dann alles nicht Paladinsachen, sondern von anderen Klassen, was wir nehmen könnten. Also zum Beispiel Erholung des Veteranen ist eigentlich Kriegersache. Brauchen wir aber alles nicht. Offensiv. Waffenschwerpunkt Abenteurer. Mordtags, Panzerbrecher, Streitfege, Zauberstab... Ich will eigentlich... Streitagsschwert, Morgenstern, Armbrust. Mhm. Dolch, Rapier, Streitkorn, Zepterstab. Ball, Speer, Kampfstab, Jagdbogen. Mh, mh, mh. Raufbold, Säbel, Stilett, Keule, Pistole, Tonnerbüchse. Soldat, Zweihänder, Piegekriegshammer, Abbalest, Akebuse. Eigentlich eher am ersten Ritter. Wo ist eigentlich der Panzerbrecher? Ach, hier beim Abenteurer. Aber ne, ich nehme Ritter. Ich möchte dann doch lieber mit Schwert und Schild bewaffnet sein, als mit dem Panzerbrecher. Defensiv. Wäre noch der Waffe- und Schildstil ganz nett gewesen. Und Unterstützung, naja, Feldlazarett. Gesundheit. Das hier ist etwas, was ich für die Frontlinie halt irgendwann brauchen werde, dass wir nicht so oft rasten müssen. Also nicht öfter, als es gut für uns ist. Ja, ich nehme Waffenschwerpunkt Ritter erstmal. Weiter. Krieg als Talent... Ah ja, Waffenschwerpunkt Ritter. Okay. Erledigt. So, Rulinen von Zelandlis wurden abgedatet. Als du aus den Ruinen herauskommst, sahst du ein merkwürdiges Ritual an einer Art uralter Maschine. Doch gab es... Doch gab ein Mann andere beteiligten Befehle und irgendetwas an ihm fandest du merkwürdig. Als er ging, begann die Maschine zu rotieren und dabei eine Art Energie zu erzeugen. Da gab es eine Explosion, die sich wie der Sturm anfühlt, den du zuvor erlebt hattest. Die anderen, die bei dem Mann gewesen waren, waren dadurch in Asche verwandelt. Und auch Heodan und Kalisha überlebten nicht. Durch die Explosion wurdest du bewusst, sodass du wieder erwachtest, fühltest du dich eigenartig. Du hattest Illusionen, du hattest Stimmen, du verließt die Ruinen, um zu Fuß nach Goldtai zu gelangen, wo sich hoffentlich jemand finden würde, der dich heilen könnte. Aha, Ruin von Zelandlis abgeschlossen, ja. Ich werde einen Weg finden müssen. Ich habe einen Abschnitt mit Fliesen erreicht, auf denen sich seltsame Symbole befinden. Vielleicht gibt es in der Nähe Hinweise auf ihre Bedeutung. Ich bin dem merkwürdigen, tödlichen Wind, der durch das Tal gewütet hat, knapp entkommen. Jetzt aber bin ich in den uralten Ruinen gefangen, vor denen uns der Karawanenmeister deutlich gewarnt hat. Ich bin aus den Ruinen entkommen. Hoffentlich kann ich irgendwo hier die Straße finden und den Weg nach Goldtai. Nachdem ich eine Explosion außerhalb der Ruinen Zelandlis überlebt hatte, hatte ich eine Vision. Seit dieser Zeit höre ich Geräusche aus dem Nichts und sehe Dinge, die nicht da sind. Das ist nicht die Krankheit, die mich beim Wagen befallen hatte. Es ist etwas Neues, vielleicht ein leidendes Verstandes. Mit etwas Glückwünschen ist im Goldtai jemand, der weiß, was zu tun ist. Also ja, das hier kommt jetzt alles erst einmal in die Kiste. Und dann speichern wir auch mal, weil es wird Zeit. So, let's play 001. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.